Leute, wir haben ein Boot gefunden. Also, was heißt gefunden? Also, ein Kumpel von uns, ne? Also, den Namen dürfen wir schon sagen. Dürfen wir? Ja. Der Thomas. Der Thomas, der steht hier nebendran und macht gerade den Assistenten. Der hat ein Boot in der Scheune, ne? Und da hat er gesagt. Das gucken wir uns jetzt mal. Guckt mal, ne? Das gucken wir da mal, das Boot in der Scheune. Leg mal los. Ja, was geht's denn? Also, wie ein Boot sieht das nicht aus, oder? Weißt du, der schwimmt? Wenn man gut ist, dann bestätigt. Okay. Das ist ja jetzt nicht das Boot, ne? Was? Wo steht's denn? Da hin. Da gehen wir mal hin, oder? Gut. Das ist schätztlich. Ja. Es ist cool. Es ist einfach cool. Das ist doch schon mal ein Schätzelchen, ne? Ja. Es schlönzt mich dann rum. Ich muss jetzt mit dem Albert tauschen, weil der hat Höhenangst. Einer von den beiden. Einer von den beiden an der Zeugbruchstücke. Okay. Ey, Leute. Ändern wir den Pott hier. Es wird spannend. Es wird spannend, bis ich raufkomme. Ja, klar. Gib mal her. Guck mal her. Moment. Ach, das ist ja. Guck mal, hier haben wir jetzt schon mal da unten. Das ist doch ein Motor. Aha. Das ist ja schon cool, ne? Das ist doch cool, oder? Mit dem Schacht. Ja. Was ist mit dem Schacht? Das ist doch cool. Versuchen wir mal eins. Das ist wie so eine Schatzkiste aufgemacht. Ja, das sieht doch aber gar nicht so. Also ich würde mal sagen, guck mal, das ist das Pedalschnippen. Okay, ich stehe Höhe, habe ich jetzt nicht mehr. Nee. Ja. 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 Ja, klar, da muss man ja irgendwo verstauben, ne? Aber hier drin ist okay. Ich stehe immer wieder. Da haben wir das. Wieberf. Ja, gab es sogar mal eine Variante, wo da vorne unter Wieberf ein Seetileter. Theoretisch kannst du ja mit vier Leuten rein, ne? Ja. Ja. Aber hier drin geht's, von wegen hin. Ja, ich finde das hier total gemütlich und knuffig. Wie sagt das immer, der Captain Q sagt immer Captain Q Meashering-Spieg und dann legt er sich irgendwo ins Bett, ne? Ja, hau rein. Ja, jetzt machen wir es hier auch mal hier. Das ist jetzt mit der Long-Hair Meashering-Spieg. Also, ich habe ja die Größe von Captain Q, ne? Gleiche, ne? Gleiche, ne? Gleiche Größe. Ich glaube, andersrum geht's. Ja, aber ich bin hier von der Länge her. Ich passe hier locker rein. Ausgestreckt. Ach, das siehst du. Ich komme ja gerade vom Schnitt, ne? Von unserem... Von unserem... Wie heißt das? Der... Was ist das? Unser Flugsimulator-Schnitt, ne? Ja, ja, ja. Das ist schon nachwerfend gekostet, ja. Aber das... Guck mal, wenn du... Wenn du hier alleine unterwegs bist, so, und du küsst dich irgendwo und gemütlich... Und du bist da... Ja, es ist auch als Anfänger, als Jugendlicher. Guck mal, die geile Lampe. Das ist ja klasse, oder? Keine Ahnung, nicht gelagert. Geil. Eine Leisure 20, Leute. Eine Leisure 20. Ja, Leute, ne? Ach, die Frisur ist wieder... Die Frisur ist wieder... Die Frisur ist wieder... So, ja. Wie Börf, Leute. Wie Börf. Wie gesagt, ihr habt es ja jetzt auch gesehen. Ich passe hier rein. Also bei meiner Meter 83 können sie sich hier ganz entspannt ausstrecken. Ist überhaupt gar kein Thema. Ja. Also, wenn ich jetzt noch 100 Jahre jünger wäre... Wäre das nur ein Boot. Ich habe ja wirklich mal... Ich habe ja so eine kleine Jolle gesegelt ganz am Anfang. Mit dem Laser. Ah, ja. Ja. Und dann kam irgendwann halt der Ernst des Lebens. Geld verdienen, keine Zeit mehr, einen Job und durch die Welt reisen. Und dann war es das mit Segel. Dein Laser war mein Hobi 16. Ah. Ja, die haben richtig Spaß gemacht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das war klasse. Dann war halt so die Idee, naja, jetzt nach dem Laser mal was. Wo man auch nicht drauf übernachten kann. Ja. Und dann war die Idee so in die Richtung zu gehen. Und dann fehlte mir einfach das Geld. Ja. 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 Ich hatte damals einfach noch nicht genug Kohle auf dem Konto. Ich meine, hatte ich bis heute nichts verändert. Das ist ja nicht so unbedingt jetzt ganz, ganz anders. Das finde ich äußerst praktisch mit dem Schacht. Den musste ich da hinten ein bisschen aufschneiden, die Abdeckung. Ja. Die Originalabdeckung, sonst hätte ich nicht reingepasst. Ja. Mach mal wieder drauf. Genau. Schaff mal was. Captain. Du hast die größere Kaffee gekriegt im Simulator. Ah. Ich bin da runter. Dann geht's gar nicht rein. Ne, jetzt hab ich's raus. Ja. Okay. So. Okay, dann gehen wir doch mal. Gucken wir uns das ganze Boot doch mal an, oder? Hm. Machen wir die Folie weg. Machen wir es mal so richtig dreckig. Also du machst dich dreckig und ich filme. Ha! Ja? Ja, wieder. Ja, klar. Ist es stabil genug, dass man vorne auf dem Bug kann? Oder ist es... Ja. Ach so. Ja. Nee, ich dachte... Ach so. Ja. Ja, mach super. Komm. Komm. Wo steht das denn? Das sind die Jetpiloten, ja? Ja. Da muss jetzt wieder so ein Buschpilot wie ich... Ja, so ein Buschpilot wie ich... Ja, so ein Buschpilot wie ich muss jetzt wieder hier vorne hinkraxeln. Oh, ist jetzt einfach eine Bomberjacke. Ja, Leute. Geht doch. Also so mit dem Weitwinkel sieht das schon mehr als 20 Fuß aus. Haha. Da ist schon... Guck mal, da gibt es sogar... Nicht wie bei der Duo Fuhr keinen Ankerkasten mehr, ne? Hier gibt es noch einen Ankerkasten, ne? Da guck. Da ist ein Ankerkasten. Da ist jetzt nichts drin. Ja, wer weiß, was da wohnt. Aber der hat zwei Anker. Ja. Also jetzt findet das hier eine schöne Luke für die frische Luft im Wiebers. Also wenn man da einfach mal schön mit dem Hochdruckreiniger drüber geht. Und das ist ja jetzt nur Staub hier vom Acker. Ja, hier von... Das ist halt hier so in der Scheune hier stehen. Na ja, Scheune... Das ist so ein Gerüst mit... Mit so Plastikfolie außenrum. Und das ist natürlich hier die Folie schon im Eimer. Also die Idee wäre jetzt wirklich zu sagen... Leute, das ist so ein schönes kleines Brot. Raus nehmen. Aufs Wasser bringen. Also erstmal schön sauber machen. Weißt du? Abdampfen, abstrahlen, aufräumen, reinigen. Ich habe ganz, ganz komische Ideen im Kopf. Ganz komische Ideen. Ihr wollt mit dem noch teilen, ne? Nein. Nein, aber anstelle... Anstelle von einem Dingi... Scheitenmotor noch rein, ne? Und das hinten dran binden, oder was? Und dann haben wir unsere 44-Fuß-Jacht. Und dann haben wir das noch hinten dran hängen, ne? Ich meine... Ja, mit der 44-Fuß-Jacht vor Anker. Und dann mit dem Kleinen kriegen wir immer einen Platz im Haar. Das ist so. Vor allen Dingen billiger, Leute. Viel billiger. Da hätte ich jetzt Bock drauf, das hübsch zu machen. Und dann wirklich mal wieder aufs Wasser bringen. Wie mit meiner 33er Klipper, die ich gefunden habe. Wo ich mir jetzt sage, Ah, das hole ich mir jetzt irgendwo. Dann mache ich es schick. Und dann bringe ich den... Bring ich den Chioili-Klipper wieder zurück nach Hongkong. Und segle dann mit dem Teil nach Hongkong. Und so. Das Boot selbst ist ja noch total in Schuss. Es ist ja nur schmutzig. Ja. Das ist ja alles. Der Hänger ist halt gut. Reifen sind platt. TÜV ist abgelaufen. Aber das ist auch kein Thema. Ich meine, hier ordentlich mal ran. Zwei, drei Kumpels. Den Hänger hochpumpen. Reifen wechseln. Ja. Jemand, der wirklich anfängt zu segeln. So jung ist. Und anfängt zu segeln. Boah, das erste Kajutboot. Weißt du. Das ist gigantisch. Das ist... Also ich finde das ein absolutes Schnuckel hier. Das ist was für's Herz, das Boot hier. Guck dir das an. Alle Boote sind was für's Herz. Und, Thomas? Wäre doch schön, wenn das in liebevolle Hände kämen, oder? Absolut. Liebevolle Hände, dass das wieder schwimmt. Sehen wir nicht liebevoll aus. Nein. Du weißt ja, Segelboote sind weiblich. Ach so. Ja. Ja, na dann. Und? Was liebevolle Hände für ein weibliches Boot. Okay, du musst jetzt nicht antworten. Okay. Nicht jetzt. Und? Warла Bitt.